So, wir haben Doshi, wir haben Feuerblume eigentlich und Super Mario World wieder und wir sind inzwischen bei der Burg angekommen. Okay, was muss ich nochmal machen? Ninja, rechts. Ja, okay. Also, so, so. So? Ja, so. Okay. Wow. Und jetzt? Achso, ich kann ja schwimmen, ne? Ja, Mario. Zum Glück warst du früher im Schwimmkurs. Braucht ihr den P-Switch? Ja. Hä? Wieso ist der runtergeschwommen? Was soll die Scheiße? Scheiße ist nicht. Digga. Das geht nicht. Scheiß Bock, ey. Guck mal. Die sinken gar nicht unter, die Dinge. Boah ey! Spring auf den anderen rauf, man. Oh Mann! Was? Ja, mach ihn weg! Nein! Egal, geh weiter! Schleif weg! Hier geht's ja noch weiter! Oder auch nicht! Was ist das? Luigi time! Mal gucken! Komm ich da... Ich komm da gar nicht als kleiner durch, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Ja... Jetzt musst du das mit dem Magier machen! Toll! Wie soll ich das denn hinbekommen? Jetzt geht's nur noch mit dem Magier! Toll! Das wird schwer! Einmal musst du das nehmen! Das hier am Anfang schon kaputt machen, genau! Toll! Ja, so! Nein! Okay, vor dem ersten muss man abhauen! Ja, vor dem ersten muss man abhauen! Ja, vor dem ersten muss man abhauen! Abhauen und dann macht der von unten einen! Und dann... Da muss man durch! So... Ich hatte... Ah ja! Ich bin Magier! Oh! Digga! Kaizo schaff ich aber den scheiß nicht, ne? Ah ja! Ah ja! Tch! Hat er doch... Renn einfach gleich nach rechts, dann kommt der gleich unten! So... Direkt in den Rhein! Scheiße, ey! Kann man doch nicht wissen, Mann! So, und dann springt man direkt in den Rhein! Das ist viel! Ich will aber lieber durch... Ich will aber lieber durch... Oh! Toll! Super! Der ist... Cooper geworden! Uuuhuuu... Ich hasse diesen Magier sowieso! Oh! Der ist doch!!! Das nervt! Wir müssen ein bisschen mehr aufpassen... Gein! Sieht nicht so einfach wie Kaizo hier oder so, ne? Aufpassen! Bocaaaa... Die Bacon, man. Nicht die Dinge einsammeln. Nicht die Bacon. Doch, die konnte ich. Die Hälfte. Yes, Mama mia. Yay. Pils. Oh nein. Der scrollende Boden. Super. Boah. What the fuck. Weißt du, was das Gute ist? Man kann wieder von der Mitte anfangen. Dann kriegt man immer Leben. Ja. Man kann also gar nicht sterben. Oder. Oder doch. Oder doch. Okay. Man kann also nicht in diesen Raum rein. Also. Wäre auch ganz lustig eigentlich, ne? Ja. Ich habe nur eine Feder in der Satz. Kann ich die nicht irgendwie rausholen? Äh, weil ich weiß... Beim neuen ging das, glaube ich, ne? Ja, beim neuen ging das. Oh, wieso rutscht der dagegen, ey? What the fuck. Das ist ein Falen. Man ist hier immer so unsicher, ne? Wenn man Safestates hat, dann geht das alles. Oh, so zack, 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 zack. Ja, ne? Läuft man da einfach durch, als... Als wenn die Scheiße am Dampfen wäre. Das war jetzt unnötig. Ich dachte, man kann ja noch auf. Ja, ich habe sowieso mehr Leben als du. Und? Noch 16. Und sonst müssen wir uns nochmal Leben fahren. Kein Bock auf den Opa. Oder wir... Ach, ja. Was lachst du so? Nix. Denn unnötig. Der war so unnötig. Der war so unnötig. Der war so unnötig. Hahahaha. Ehh. Halt. I don't want any more! What the fuck? It's a me! Get the fuck off! Jetzt musst du da doch auf einen Spinjump machen, go rüber! Ich bin gegen die Decke gesprungen. Ah klar, war klar! Du musst erst mal warten, bis die Flamme weg ist. Ich hab voll auf die raufgesprungen. Mann, das ist so unnötig, das Level. Unnötig. Oh mein Gott. Ich finde, die Hacks sind leichter als diese Bucks. Die was ist leichter? Die Hacks, die andere. Diese Custom Hacks sind echt leichter als die Bucks. Als diese Festung hier, als das normale. Das ist doch nicht so. Das ist hier voll schwierig. Ich bin voll ungesichert hier. Man fühlt sich so komisch. Denk im Moment kann man halt sterben. Oh Junge! Was? Das macht gut. Du hättest weitergehen können, Alter. Arie sterben. Jaja. 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 Warte auf die Flamme. Jaja. Oh, doch. Piss. Ah, ich bin gefangen. In der Klapse. Ja, guck mich. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte schon, ey. Ach so Gott, lol. Oh mein Keks. Dreck's Level. Fick dich Level. Fick dich und... Deine ganze Familie. Ich mach' nen Kupas. Kann mich auch mal. Heizweise. Ach. Heizfällt er nicht da. Doch nicht. So doof ist er jetzt gar nicht. Cotter. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott, lemmy. LEMMI Nö, da war ja falsch rum Wieso LEMMI? Wieso kommt LEMMI in... LEMMI... Oh, Scheiße, in Lemmys Castle Das ist unlogisch irgendwie Hä? Und da, Nu LEMMI IS GESCHICHTE Oh, ein riesen Homo LEMMI, der Arschloch, fügt dich in den Tunach Was war's, LEMMI? Danke euch Danke dir Ha 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 Dilim, 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 dilim Hier weg der Hämmer Mario Hat über das Schloss von LEMMI Triumphiert Äh, Mario Das Abenteuer Startet Äh Marios Abenteuer wird immer schwerer Hast du den roten und den grünen Switch schon gefunden? Den grünen haben wir noch gefunden Nö Ich weiß sogar wo der ist Ich kenn den von den anderen Ich weiß wo der ist So, dann hau mal rein Wo ist er denn? Hier? Ich glaub hier links gleich, ne? Links neben diesem Level da, ne? Ja, hier Ja Ja genau Reif Und wie bekommt man den? So Oh Wir haben den gelben, äh wir haben den gelben aktiviert und jetzt ist dein Instrument Super Machst du nicht alles auf? Das ist leichter Wie ist die Münze? Drei braucht man für ein Leben, ne? Fünf 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 in ein Level, oder wie? Ja, es gibt nur, es gibt immer Fünf in ein Level Boah! Yoshi Fehler 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 Aber wo ist jetzt das Geheimnis hier? Es gibt hier doch so ne Röhre, wo man rein kann, ne? Irgendwie gibt's hier glaub ich hier nen Schlüssel oder so Schlüssel Ja, ich glaub das ist sogar ein Schlüssel Ne, warte, das ist ne Röhre, glaub ich Das ist ne Röhre Kannst du mit Yoshi da oben so rein bangen, oder was? Nein, ich glaub das sind nicht, das sind nicht Nee Nee, das ist die nicht Das sind andere Nee Auch nicht Die nicht Hier ist ja der grüne Switch, den muss man ja für hier erstmal haben, ne? Ja, ich weiß wo der ist Also in der Röhre, oder wie? Oder nicht? Weil wir sind ja immer hier durchgegangen, vielleicht ist es ja Oh! Oh! Ich dachte, ich werd zerquetscht Sicher, dass es hier ist? Nein, ich glaub ne Ich glaub es irgendwie auch nicht Außer hier ist ein Secret hier oben Und wir waren nur zu doof, es zu fü- Warte, was ist denn? Warte, 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 nimm mal die blaue Schildkröte und flieg nach oben Da ist nämlich das Secret Schnapp dir die Und jetzt? Nein Einsaugen Nein! Nicht töten Einsaugen Jetzt flieg nach oben Bin ich gut, oder bin ich gut? So schlecht Jetzt nimmst du den Schlüssel und... Ah, Mann, bin ich gut Haha!